In unserer Tischlerei in Fechelde ist der Kunde König. Egal ob Sie uns mit Fensterarbeiten, Türen, Innenausbau oder Möbelbau beauftragen, wir richten uns immer nach Ihren individuellen Wünschen. Auch wenn es um Massivholzböden oder Restaurationen geht, sind Sie bei uns genau richtig. Wir führen alle unsere Arbeiten fachgerecht und professionell aus. Kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich vor Ort von uns kompetent beraten. Untertitelung des ZDF, 2020